Hallo und herzlich willkommen zu Nachfallern und Schöpfen. So, wir legen uns also das Prinzip gespielt ist, wir sind ein Auto oder ein Motorrad oder ein Bus und das ist fast genauso, du drückst hier auf Start halt, gibst dir Gas, gibst dann halt, ja sogar, du musst halt probieren, dass du dich halt nicht mit deinen Kopf überschlägst und probieren, an es hier zu kommen. Genau, es sind sehr, sehr gute, es sind noch, wo ich das Spiel erst seit 2-3 Tage Spiele, ich glaube seit 2 Tagen. Ich fühle es nicht so einfach, wie es aussieht, muss man halt mal dazusagen. Nein, oh, na schön, ein Arschrutschen ist hier, Digga, genau so sieht das. Achso, ich kann leider, dass ich morgen leider kein Video schaffen werde, weil ich halt Schule habe noch, nein, oh, und dementsprechend kommt in der Woche halt nicht so viel, obwohl ich das in der Kanal-Info zu beschrieben habe, am Wochenende wird wohl jeden Tag 3 Videos sein, aber da weiß ich auch noch nicht so, und bald so am 1. August oder so, werde ich wohl den ersten Live-Team starten, da spiele ich dann wohl, ähm, Call of Duty, der wird dann wohl so 2 Stunden oder so gegen der Live-Team, naja. Achso, und übrigens, ich bin 13 Jahre. Na nun, komm, nein, die anderen, komm, looos. Hm, entpassend schätze ich nicht, okay. Wie gesagt, ich bin sehr gut hier drin. Also, wenn ich noch kürzen und trick, hopp, schreibt es mir unten in den Kommentaren, ich werde drinnen angekommen, vielleicht auch, ähm, in der nächsten Folgen, was jetzt hier jetzt drückt, vielleicht ein bisschen zu nennen. Ich werde natürlich etwas hin, dann schauen, der blaue. Ich würde sagen, wir spüren jetzt noch die und danach noch eine. Obwohl, nee, komm, ich hab heute das allererste Mal meinen YouTube-Kanal erstellt und gehe jetzt auch mal hier ein bisschen, ihr wisst schon. Wenn alles passt, von der Lautstärke und so, dann schreibt es mir bitte unten unter dem Video in die Kommentare, dann werde ich das beim nächsten Video genauso machen, wie jetzt. Falls ihr euch wundert, warum die Pedale runtergehen und die nicht sehen könnt, das habe ich noch nicht gefunden, wie man das einstellt, davon sieht alles. So. Ja, wir haben Pause, na toll. Wir sehen uns dann gleich wieder. Obwohl. Nein, bin ein bisschen. So, willkommen zurück, da sind wir wieder. Wir nehmen aber heute mal nicht das Auto, sondern, ja, nicht den Bus, sondern den Motor und das ein bisschen. Wir nehmen nur einfach mal. Mal sehen, wie sich das so fährt. Ich habe schon mal das ein oder andere Mal gefahren, aber ich habe es noch nie so richtig getestet. Schreibt ihr mal in den Kommentaren, wie ihr das Motorrad finden würdet. Ja. Ach so, und Freitag würde ich mir wohl einen Seminator geben, der mit Busen was zu tun hat, also mit Brüsten, BHs und so. Schaltet auf jeden Fall ein, das wird sehr, sehr lustig. Ich habe mir das Spiel zwar noch nicht runtergeladen, aber ich weiß, wo ich das finde und wie das heißt. Das könnt ihr übrigens auch bei, ähm, äh, bei, ähm, in, ich packe euch den Link zu dem Spiel hier in die Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal abschicken. Würde mich sehr zu verfreuen. Und schreibt mir dann mal in die Kommentare, wie weit ihr, also die Zeit, ja, wenn man jetzt hier fährt, die Zeit da. Ja, bei mir wäre es jetzt, äh, so sieht man ja gar nicht. Naja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euer Beste, ob ihr mal auf Platz 1 wart oder 2. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, also euer erstes Rennen. Also das Video hier, das wird, ähm, richtig kurz sein, weil ich muss dann auch noch Hausaufgaben machen und würde ich auch alles nicht, äh, einfach so nebenbei liegen lassen. Also ich mache jetzt, äh, das Video hier, das wird so in, um, um, 16.50 Uhr kommen. Und danach werde ich erst mal meine Hausaufgaben machen, bis 17.30 Uhr und um 17.30 Uhr werde ich dann noch ein Video raustragen, aber vom anderen Spiel. Und zwar wird es dann wohl Warft, also Warft, mobil werden. Also guckt mal auf, ähm, Paluten oder GLP, also German Let's Play oder Paluten. Guckt da mal nach, die haben, oder gibt einfach ein Paluten Warft und dann sieht ihr das schon. Was, was ich meine, aber nicht auf dem PC, sondern als Mobil-Version. So, dann kann ich euch ja mal jetzt, weil ich will jetzt auch eigentlich das Video ausmachen, euch mal zeigen, was ich damit meine jetzt. Ich sage mir dazu einfach mal raus auf die Homepage, also hier auf Home-Display. So. Da, die habe ich gemeint, du warf. Ja, die, die da. Die werden wir wohl spielen. So, ich würde mich jetzt erst mal verabschieden, ja. Ich wünsche euch bis jetzt noch einen schönen Tag, also bis 17 Uhr und wir sehen uns dann später wieder. Schaltet auf jeden Fall ein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen. Tschüss, bis dann. Bis zum nächsten Mal.